hallo leute hier eine kleine ergänzung zum video unterricht und zwar wenn ich davor vergessen habe die optionen einzuschalten dann kann man das ganz schnell über dieses drei punkte menü auch noch erledigen über besprechungsoptionen ich habe das mit inger gestartet und bin berechtigt das auch durchzuführen hier kann ich gleich umstellen wer kann präsentieren nur ich oder teilnehmen das aufheben der stummschaltung gestatten das kann ich auch ausschalten den wartebereich können nur personen in meiner organisation also alle die unsere schule besuchen automatisch umgehen die anderen werden dann automatisch eingelassen das kann ich natürlich auch umstellen dass nur ich und die schüler kann ich persönlich rein lassen aber das würde ich hier einfach so lassen da stehe ich gleich noch einmal aus also wie gesagt hier in drei punkten besprechungsoptionen kann ich das ganze einstellen was auch ganz fein ist dieses bildschirm teilen ich schalte das hier noch einmal ein hier öffnet sich ja ganz viele fenster und ich habe ich ja gesagt wählt immer den desktop aber vielleicht ist das ja gar nicht so super denn da wird in der ganze bildschirm immer geteilt und ich sehe eigentlich die besprechung nicht hier seht ihr alle fenster die ich geöffnet habe wenn ich mich davor entscheidet dass ich ein bestimmtes öffnen hier zum beispiel eine one note seite das mache ich jetzt einmal wenn ich mit einem bildschirm arbeit ist das ganz fein das kann ich jetzt ein wenig einschränken und kann hier die besprechung mir noch einmal anzeigen lassen das heißt ich blende hier das nebeneinander ein zum beispiel die teilnehmer dass sich anzeigen macht das ein wenig kleiner so kann ich aber immer sehen wer auf zeigt gerade und wenn ich keine zweiten bildschirm habe ist das eigentlich relativ ideal also ich kann jetzt hier präsentieren und kann aber auch die teilnahme noch einblenden und sehe zum beispiel dass der soli schüler 02 die hand aufhebt und könnte ihn jetzt fragen denn wenn ich immer nur den ganzen desktop teile dann habe ich eben gerade dieses fenster nicht und ich kann nicht mit nachvollziehen wer jetzt gerade auf zeigt um ein anderes fenster einzublenden schließlich eben die freigabeoptionen unter blende ganz einfach wieder ein anderes fenster ein such mir wieder eines aus ihm wie gesagt wahrscheinlich ist es gar nicht fein den ganzen desktop sondern ich bereite mir eben diese seiten davor die ich einfach benötige danke